Am 13. Dezember wird der Migrantinnenbeirat in Freiburg gewählt. Er ist ein Gremium, das den Blick und die Forderungen von Migrantinnen der Stadt in die Politik trägt. Auch ihr könnt wählen, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid, seit 6 Monaten mindestens in der Stadt lebt, eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzt oder eingebürgert worden seid, so wie ich. Sagt euren Freunden Bescheid, mehr Infos gibt es in der Videobeschreibung und geht auf jeden Fall wählen, denn jede Stimme zählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017